LTE-Testmessungen zeigen lediglich, dass LTE und 4G in diesen Ort schaffen. Beziehungsweise Gemeinden verfügbar sind. Die erreichten Werte sind nicht die maximal erreichbaren Werte. Bitte besuchen Sie unsere Webseite www.ltemesswagen.de und erkundigen Sie sich dort über einen Partner vor Ort. Die maximal erreichbaren Geschwindigkeiten sind von mehreren Faktoren abhängig, wie zum Beispiel Antennenausrichtung und der Höhe der Antennen, was wir bei unseren Testmessungen in der Regel nicht beachten können. Stellen Sie doch einfach eine persönliche LTE-Messung bei Ihnen zu Hause. Wir kommen zu Ihnen und zeigen Ihnen, wie schnell und einfach alles sein kann. So, hallo und willkommen auf LTE-Messwagen.de. Aktuell befinde ich mich in Dathausen, Ortsausgang Richtung Obermachtal. Da suche ich mir schnell einen Platz, wo ich parten kann. So, dann machen wir hier eine Messung. So, dann machen wir hier eine Messung. So, auch hier und da tausend ist LTE möglich. Ich habe das Auto jetzt etwas verstellt, um ein paar Grad verdreht. Schon ein schlechteres Ergebnis. Also mit Antennenausrichtung denke ich, dass man hier 7200 auf jeden Fall erreichen sollte. Alle Informationen zur Technik auf LTE-Messwagen.de. Bei uns könnt ihr auch eine Messung zu Hause bestellen. Beziehungsweise man kann diesen LTE-Vertrag kostenlos für 30 Tage zum Testen bestellen, ausprobieren. Man hat dann 30 Tage Zeit zum Ausprobieren, ob das in welche Richtung die Antenne stehen muss, um den Empfang erstmal zu verbessern. So, vielen Dank fürs Zuschauen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Vielen Dank fürs Zuschauen.